Alter, einfach schon halb acht. Ich hab keinen Bock mehr. Mein Chef hat mir viel zu viel Scheiß gegeben. 19.30 Uhr und der ist immer noch nicht daheim. Ich ruf den jetzt an. Oh, schon halb acht? Ich glaub, er macht noch zwei Überstunden. Ich sag's euch, das wird ein harter Tag.